In diesem Video werden die neuen Interaktions- und Bearbeitungsmöglichkeiten des Trägerwerkzeugs in Archicad vorgestellt. Neben den neuen geometrischen Möglichkeiten bietet das Trägerwerkzeug von Archicad auch neue Interaktionsmöglichkeiten. Jetzt stehen noch mehrere neue Pad-Palettenbefehle zum Bearbeiten der Trägergeometrie zur Verfügung. Sie sind im Grundriss, 3D und Schnitten und Ansichten verfügbar. Und die Pad-Palette zeigt immer nur die jeweils gültigen Befehle an. Sehen wir uns zunächst die Träger mit nur einem Segment an. Es stehen neue Pad-Palettenbefehle in der Anfangs- und in der Endquerschnittsebene des Trägers zur Verfügung. Befehle, die die Geometrie des Trägers verändern, sind jetzt nicht nur nach dem Klicken auf Knoten, sondern auch auf Kanten verfügbar. Bei rechteckigen oder profilierten Trägern kann jetzt die Breite oder Höhe des Querschnitts nicht nur symmetrisch gestreckt werden, sondern auch nur auf einer Seite. Knoten und Kanten an beiden Enden des Trägers bieten jetzt den neuen Befehl auf der Achse drehen, mit dem der Trägerquerschnitt um seine Referenzlinie gedreht werden kann. Sowie den neuen Befehl Verbindungswinkel drehen zum Ändern des oberen und unteren Endschnittwinkels des Trägers. Der Befehl Verbindungswinkel drehen ist auch beim Klicken auf einen der Endpunkte der Trägerreferenzlinie verfügbar. Wenn wir auf eine allgemeine Stelle auf der Referenzlinie klicken, werden mehrere neue Pad-Palettenbefehle eingeblendet. Mit den Befehlen Vertikal biegen und Vertikal biegen mit Tangente können wir den Träger in einen vertikal gebogenen Träger verwandeln. Wenn wir auf die Referenzlinie eines vertikal gebogenen Trägers klicken, stellen wir fest, dass seine Pad-Palette die gleichen Befehle enthält, die bereits für horizontal gebogene Träger verfügbar waren. Mit einer Änderung. Der Befehl Neue Knoten einfügen wird als Befehl Begradigen bezeichnet. Dadurch wird genauer beschrieben, dass damit eine vertikal gebogene Trägergeometrie in einen geraden Träger umgewandelt wird. Mit dem Befehl Segment Splitten, der auch für die geraden und gebogenen Träger verfügbar ist, können Sie eine neue Segmentverbindung einfügen und damit einen Träger aus mehreren Segmenten erstellen. Durch Klicken auf einen Zwischenknoten eines Trägers aus mehreren Segmenten können Sie den Segmentverbindungswinkel am Knoten verändern oder die Position der Verbindung entlang der Referenzlinie des Trägers ändern. Träger aus mehreren Segmenten bieten den Bearbeitungsmodus, den Sie über Bearbeiten aufrufen können. Bitte denken Sie daran, dass der Bearbeitungsmodus nur für Träger aus mehreren Segmenten verfügbar ist. Der Bearbeitungsmodus Werkzeugkasten in der linken oberen Ecke bietet Befehle zum Anzeigen oder Ausblenden der Umgebung, zum Aktivieren des Dialogfensters Trägereinstellung und zum Beenden des Bearbeitungsmodus. Im Bearbeitungsmodus können Sie ein individuelles Segment auswählen und seine Einstellungen im Infofenster oder in den Trägersegmenteinstellungen ändern. Sie können auch mehrere Segmente auswählen und Ihre Einstellungen in einem einzigen Arbeitsschritt ändern. Sie können die Geometrie einzelner Segmente auch ändern, indem Sie die entsprechenden Segmente auswählen und die Pad-Palettenbefehle verwenden. Diese sind identisch mit den Befehlen, die für einfache Träger verfügbar sind. Wenn Sie für das Segment ein parametrisches Profil festlegen, können Sie den Wert dieser Modifikatoren auch grafisch ändern. Mit diesen neuen Interaktionsmöglichkeiten können Träger in beliebigen Sichten schnell und effizient geändert werden.